Oh ja, Serenparty! Oh, das wird geil. Ja, für ihr lassen sie einen da, für ihr lassen sie einen da. Für ihr lassen sie einen da, für ihr lassen sie einen da. Für ihr lassen sie einen da, für ihr lassen sie einen da. Für ihr lassen sie einen da, für ihr lassen sie einen da. Für ihr lassen sie einen da, für ihr lassen sie einen da. Für ihr lassen sie einen da, für ihr lassen sie einen da. Fier essen sie an da Fier essen sie an da sieren die Nös Fier essen sie an da Fier essen sie an da Wir essen sie dann da, wir essen sie dann da, ja. Er mordet werden könntet, oder wenn ein Freund direkt vor ihr Stamm zieht, ihr wisst nicht, wie das ist. Ein wenig lauter, das stimmt, Ludo, ja. Stimmt, Harry, das wissen wir nicht. Darum brauchen wir keine Hilfe. Denn sonst haben wir keine Scheiße im Kopf gegen. Ja, Sjörn ist auch wieder da. Sjörn ist auch wieder da. Oh, Sjörn ist auch wieder da. Also, als erstes brauchen wir einen Ort zu nehmen, den Armage nicht findet. Sie heulen in der Hütte. Ich gebe Platz. Der verbotene Weich? Oh, ehrlich, oder? Harry, was passiert beim Armage ist doch mal drin. Egal. Ich meine... Ich meine, du hast die Auflegung, sämtliche Regeln zu brechen. Der Bistum, was hast du mit Termine angestellt? Wie auch immer. Etwas positives hat der Tag jedenfalls gebracht. Was denn? Scho konnte kaum die Augen von dir lassen. Und hier beleuchtet uns. Oder Harry und Co. Ja. Ja. Los. 80 Münzen. 80. 120. 120. 80 reichen wohl schon aus. Totalisationen werden mit sofortigen Wirkungen aufgelöst. Und die Verhandlung werden geschuldet verpassen. Komm, pass auf, wo du hinter Angststern warten. Long bottom. Keine Ahnung wie. Weiß ich, was er meint, aber... Voll voll ist einfach nur so lustig. Voll voll. Der hätte mir die Frösse geschlafen, wenn ich ihn so nennen würde. Scheiße! Der Stand ist niedrig. Jetzt soll er mal abkacken, ey. Ja, der ist doch roten. Genau. Und jetzt sollen die Geister auch bei Luigi wären. Weil das ne Krampe ist, ja. Kollege, wir brauchen keinen Sachschaden hier. Ey, das ist doch ein Dreckscheater. Kannst du denn nicht Luigi abschleifen lassen? Man soll ihn nicht schieten, wenn Mario war sie. Das trifft sie ja. Alles klar, ja. So, was steht ihr denn? Ey, die hat ja überall die Augen. Der Schockzauber ist für euch eines der praktischsten Werkzeuge. Er zählt zum kleinen Einmal-Einzel-Zauber. Also, komm dann schon. Zeig mal, was du kannst. Und los. Super! Das ist doch fast die Feuerbändigen, ey. Dann werden jetzt Herr Potter nicht der Scheiß auf die da aufziehen. Gut gemacht. Ja. Keine Angst. Ich werde dich schwimmen. Danke, Robin. Was kommt? Wieder Feuerbändigen! Luftbändigen, das geht auch. Wenn man ja ein bisschen was dann einfach da anmachen sollte. Leider können die dafür Kälter stehen machen. Könnte ich schon, aber... Das geht leider nicht, weil es so leise auf meiner Festmatt ist. Sehr gut, nicht abwecken lassen. Super. Ein Stück höher. Ja. Nichts passiert. Nichts passiert. Das Wichtigkeit ist viel. Wichtigkeit ist viel. Das ist mein gutes Gesetze. Was noch wichtiger ist, ihr müsst immer an euch glauben. Ihr müsst es mal so betrachten. Sämtliche großen Zauberer der Geschichte waren am Anfang nichts anderes als das, was wir heute sind. Schüler, und wenn wir es schocken konnten, können wir das auch. Ja, ein Haublech der Anzeige. Das war's für heute. Der Termin für unser nächstes Treffen ist erst im neuen Jahr. Bis dahin übt einfach allein weiter, so weit es geht. Und ihr wart alle echt super. Wir werden euch echt toll gemacht. Vielen Dank.